Friedrich Ludwig Fink von Finkenstein war ein preußischer Generalleutnant, Chef des Dragonerregiments Nummer 10 und Ritter des Johanniterodens. Leben, Herkunft Friedrich Ludwig war der Sohn von Generalfeldmarschall Albrecht Konrad Fink von Finkenstein und dessen Frau Susanna Magdalene von Hof. Sein älterer Bruder Friedrich Wilhelm war preußischer Oberst, sein jüngerer Bruder Karl Wilhelm von Finkenstein preußischer Minister. Militärkarriere Er studierte zunächst drei Jahre an der Universität in Frankfurt an der Oder. Danach kam er als Friedrich zum Dragonerregiment Nummer 9. 1731 wurde er zum Leutnant befördert und im gleichen Jahr in Anwesenheit des Königs in Sonnenburg zum Johanniterritter geschlagen. Während des Rheinfeldzuges 1734 war er Freiwilliger im Dragonerregiment Nummer 7. Dann wurde er Hauptmann des Regiments Nummer 9 und als dieses um drei Schwadron aufgestockt wurde, bekam er seine eigene Schwadron. Im Jahre 1741 wurde er Major und 1742 Oberstleutnant. 1743 wurde er Kommandant des Dragonerregiments Nummer 10. Am 15. Dezember 1745 kämpfte er in der Schlacht bei Kesselsdorf und wurde im Mai 1747 Oberst. 1754 wurde er zum Generalmajor ernannt und Chef des Dragonerregiments Nummer 10. Vor der Schlacht bei Großjägersdorf brach er sich den Arm und nahm daher nicht teil. Nachdem sein Arm wieder verheilt war, kam er mit seinem Regiment nach Pommern. Er bildete die Vorhut bei der Einnahme von Stralsund. 1758 kam er mit dem Regiment und dem Dragonerregiment Nummer 9 zur Armee des Herzogs von Braunschweigs. Als dieses nach Mecklenburg marschierte, nahm er bei Güstrow ein Mecklenburg-Schweriner-Regiment gefangen. Bei nachfolgenden Kämpfen mit Franzosen in Westfalen konnte er zwölf französische Offiziere, darunter zwei Stabsoffiziere, gefangen nehmen. Dazu 60 Gemeine, als die preußische Armee den Rhein überschritt, bildete sein Regiment die Vorhut. Dabei eroberten sie von Regiment Bedford die Pauken, welche der König dem Regiment überließ. Im November 1758 kämpfte er mit dem Dragonerregiment Nummer 9 bei Sust gegen ein französisches Gor von 6000 Mann. Wobei er zahlreiche Gefangene machte, unter dem Kommando von Herzog Ferdinand von Braunschweig rückte er 1759 gegen Frankfurt am Main vor. Danach kämpfte er in der Schlacht bei Bergen. Anschließend traf er bei Mölln auf ein französisches Gor von 2000 Mann, das er schlug. Am 1. August 1759 kämpfte er in der Schlacht bei Minden. Am 21. März 1760 wurde er zum Generalleutnant ernannt und wurde zur Armee des Königs versetzt. So kämpfte er am 15. August in der Schlacht bei Lignitz. Dort kommandierte er die Reserve und unterstützte dann den General von Zieten auf dem rechten Flügel. Dadurch konnte das österreichische Hauptherr nicht mehr eingreifen. Am Tag danach kämpfte er bereits wieder gegen die Russen bei Parchwitz, die daraufhin über die Oder zurückwichen. Er marschierte danach mit dem König nach Breslau und Schweidnitz und von dort nach Sachsen. So kam er zur Schlacht bei Thorgau. Dort wurde ihm das Pferd erschossen und er geriet in Gefangenschaft. Er wurde in St. Pölten bei Wien interniert und nach dem Frieden 1763 wieder entlassen. So war er im März wieder in Berlin und kam zurück zu seinem Regiment. Während des Bayerischen Erbfolgekriegs im Jahr 1778 war er wieder bei der Armee des Königs in Schlesien und Böhmen. Er starb 1785 Familie. Fink von Finkenstein war seit dem 4. November 1738 mit Albertine Maria aus dem Haus Galgenburg verheiratet und hatte mehrere Nachkommen. Friedrich Albrecht, Elisabeth Albertine Wilhelmine, Friedrich Ludwig Wilhelm, Luise Amalie Caroline Lemniskate Graf Friedrich Alexander Zedonaschlobitten, Sophie Wilhelmine. Luise Amalie Caroline war die Mutter von Generalfeldmarschall Friedrich Zedonaschlobitten. Luise Amalie Caroline